so und jetzt gehen wir hier her ja ne du hättest das jetzt nicht machen soll naja schützt gerade so einen ja hier aber mein so nicht das ist auch noch was bringt hier das ist ein bisschen besser rein in Do not give in! So. 2.152, 992. Level Up, 9 sauber. Knusper! Eureka Level Up, 9 sauber. Felsenfontäne! So, was war denn bei ihm hier Hinterlist? Das war der da oben. Was haben wir denn hier? Flammenhieb. Drachenhieb, Metallhieb. Jonaldo hat 13 Punkte. Was wollte ich denn bei Jonaldo machen? Also echt jetzt ein verkackter Punkt, ey. So, Speere Kickboxen. Rechtlich hoher, einen kritischen Treffer. Sind noch nicht. Negative Linkkeit. Löchert eine Gruppe. Ja, jetzt ist das alles hier noch mega. Kritische Treffer, wenn wir mit einem Speer angegriffen werden. Naja. Halt, was war da unten? Bodo. Acht Punkte. Braucht 14. Braucht 6. MP Auffüllung nach Kampf. Braucht nicht nach Kampf. Ich brauche während Kampf. Magische Macht werden als Waffe. Komm, wir nehmen wir da mal. MP bekriegt gibt es hier wieder bei 14 Punkten. Und Henrik. Pihender. Angriffs mit Pihendern plus 20. Geschießt eine Gruppe von Feinden mit frostigen Geschossen, die sie direkt vor Ort festfrieren lassen können. Wäre ja cool, aber... Da müssen wir noch ein bisschen... Kannst du jetzt auf dem Gold-Kohlem durch die Gegend flitzen? Genau das wolle man. Alla, aller, 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 aller. Verpiss dich. Sooo... Frage aller Fragen. Hat von euch noch jemand der Ahnung vom Weg? Alter, was war das? Was hat's hier für's Zaltrocker? Was ist eigentlich drin? Machen wir aber mal den da. So, wir haben einen neuen sauber gekriegt. Brützel. Mit einer lodernden Flamme. Der Knusper. Lodernden Flammen der Unterwelt ein. Okay, den probieren wir jetzt mal. Nice. Ungeil. Das. Äh... Äh... Auch sie weg. Äh... So, momentan mal. Er braucht echt immer gescheites Messer Du bist hier und musst nur die kürzeste Strecke zum Ziel B nehmen, ganz einfach Danke Kelly für diese überaus Ne, jetzt weiß ich genau den Weg Alter, geh doch sterben du fucker, du verhauter Boah, der holt sich erst mal Oh Mann, ich wollte doch gucken Mensch Mussten auf jeden Fall hoch Hoppala Das ist nicht schneller laufen Erinnert mich ein bisschen an an Goldie, ne Aus Drängen-Pest-Bilders Zwei Alter, du müsstest dich, du verhaust Erzeugt ein Erzsiegel, das in der Gruppe von Feinden bei jeder versuchten Aktion So, du hast es da drauf Du hast es da drauf Den drücken lassen wir nämlich schlafen Ein, du, das kannst du mir Wohl schön Nein, nein Wecken wir ihn mal auf So 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 Willst du mich eigentlich verarschen oder was Thanks 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 Hrrr! Lalalalalalalala... ...könne, auch noch mal die Ender! Multiheal! Never end that! La gettung! Hmph! Ender kann ich level up. Ich werde die Nählung nicht. Ja, da geht es runter. hat problem mit dem riesen fisch ist halt man sieht dann vor sich so wenig ja wie drunter sind wir scheinbar falsch so dann müssen wir noch gehen aber waren da links drüben oh oh Lauf Goldi! Meine Mama weg! Ihr geht da auf die Seite hier! Wir hätten einfach nach links gehen müssen! Damit können wir auch nicht! Alter, es war doch die, die nicht aufgeht! Genau! Dann geht sie wieder runter! Hä? Ich glaube, wir sind da drüben hoch, hä? Sind wir hier hoch? Da war ich doch vorhin schon grad! Dann komme ich wieder da rüber und dann bin ich wieder! Oh Mann! Wo war denn der weg? Dann geht's weg! 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 ula Dann filter hier! So, hier. So, hier gibt es aber keine Treppe nach oben. Ah, jetzt bist du schon wieder da, du Mistviech. Ich habe mich doch erst mal kaputt gemacht. So, genau, da bin ich vorhin oben. So. So. Eins, so war ich nicht gedacht. Ich muss doch da rüber. Ja, mal gucken. Der Weg bis dahin. Oh. So. Oh, Martin, weg. Er war da hoch. Dann hier runter. Ich müsste man da hoch. Aber was ist denn hier? Was ist denn hier angezeigt? Nach oben und nach unten. Graf das von euch einer? Da, wo es am Ende dunkel wird, ist es nach unten. Dann bin ich da. Ich muss kurz eigentlich hier rüber. Na, 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 na. Du magst dir gar nichts, du Mistviech. Ich hab dich gesehen. Ja, nur bedingt. So, das geht jetzt runter, wo es am Ende dunkel wird. Ja, ja. So, jetzt bin ich wieder da und da bin wir noch. Alter, bin ich denn da vorhin gelaufen? So, wenn ich jetzt da hochgehe. Da runter. Ihr seid dran. Na, 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 na. Was ist dich? So, hier geht's hoch. Bin ich wieder da? Ja, und hier geht's dann rum und wieder runter. So, da geht's wieder runter. Ah, da bin ich da wohin gelaufen? So, wir müssen hier. Thronsal runter. Oh, genau. Wie sind wir da? Ich bin da voll. Gießt euch. Bin stinkig. Ich hab mich verlaufen. Kann mir immer den Navi an sie rufen? Wie sollen wir noch den Navi bringen? Mein Navi ist kaputt. Hm, was los, Jassen? Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Mir gefällt das. So, jetzt geh ich hier hoch. So. 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 So, hier geht's runter. So, wenn ich jetzt hier am Ende guck, dann geht's aber auch nur wieder runter. Ich wusste da oben. So, ich laufe jetzt nochmal da lang. Du verbröselst dich genauso. Ich hatte gerade zwei CWs und bin jetzt zurück und ja, sieht witzig aus. Mich hat der blöde Mistviech gerade kaputt gemacht und das finde ich mich nicht mehr. Scheiß Labyrinth, ey. Bin ich voll ungeil. Da blöde Mistviech aufwecken, aber auch keine gute Idee. So, hier runter. So, dann geht's da drüben hoch. Genau, Zerfall wieder. Ich bin gerade echt zu blöd für, ne? Also eventuell kommt dann mal bei YouTube unten so eine Einblendung so bluuup und acht Stunden später und dann BAM kommt das Intro vom Boss. Ja, jetzt bin ich wieder da. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite wieder. Mit einem aggressiven Reizstil, durch den du mit deinem Reittier mindestens 100 Monster durch die Luft geschleudert hast. Das magisch. Du verpiss dich auch. Klingt dann echt mega stinkig. Oh, jetzt kann ich ja wieder rumlaufen. Dann bin ich wieder da. Dann guck ich mich wieder da. Also gehen wir da wieder runter. Schau dir ja gerne zu, aber ja, wird mir langweilig, wenn ich das Spiel nicht kenne. Ja, das ist ja immer schlecht, wenn man mittendrin anfängt, ne? Aber ich kann dir auf jeden Fall mein YouTube, wie gesagt, da gibt es alles, kannst du dir einfach mal anschauen, ob dich das generell interessiert. Vor allem ist es halt noch viel lustiger, wenn ich gerade selber keine Ahnung habe, ne? Wir sind hier, aber da unten. Alter, wie bin ich vorhin da hinten reingekommen? Aber Jassen, wie waren denn die Clan-Boss? Keine Zeit dafür, was? Ich sage ja nicht, du musst du halt komplett angucken. Ich habe ja gesagt, kannst du mal reingucken am Anfang. Und wenn es ist selber kaufen und zocken, oder wenn es nix ist, halt eben nicht. Alter, ich kriege hier gerade voll die Glutzende in der Liebe, ne? So, hier hoch. Genau. Dann geht hier eigentlich. Auch hoch. Das ist doch eigentlich voll easy. So, wir gehen da, wir gehen da hoch. Beide verloren, aber sonst okay. Oh, okay. oder der Gegner stärker wie ihr? Nein, 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 du gehst. Alter, hier ist die Faktinger, die ich nicht gefunden habe. Mach dich weg. War leicht anstrengend, oh, gell. Alter, es kann ja auch so einfach sein, ne? Ja, mach doch einfach mal deine Watzel auf, oder? So, genau darum. Großes Lack und es war auch keine große Differenz. Oh ja, da geht ja noch. Glück ist halt Mario-Karten, ne? Alter, wow. Ich hab meinen Männer wieder Erfolg gemacht.